Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar. Hurra, hurra, der Pumuckl ist er. Wie heißt du? Mein Name ist … Ich heiße … Und wie heißt er? Sein Name ist … Welche Farbe haben seine Haare? Er hat rote Haare. Heißen … Er heißt … Wie sagt man … auf Deutsch … Telefon … Wie lautet deine Telefonnummer? Lass uns üben! Dreißig … Einunddreißig … Zweiunddreißig … Fertig … Fertig … Zweiunddreißig … Entschuldigung …